Chat-GPT generiert keine Antworten aus einer vorgefertigten Datenbank. Es erstellt Antworten im Dialog basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Durch das Korrigieren der Texte im Dialog wird der Bot kontinuierlich verbessert. Ich habe einen Test mit folgendem Prompt Eingabe durchgeführt. Mein Prompt Bitte schreibe ein Konzept über die Herausforderungen von Key an Unternehmen und Organisationen. Länge des Textes eine DIN A4-Seite Schreibe aussagekräftige Kapitelüberschriften Folgende Aspekte sind in der Reihenfolge zu beleuchten. Erster an die Geschäftsleitung Zweiter an die Arbeitnehmer Dritter an die Datensicherheit und Datenschutz Das von Chat-GPT generierte Konzept Herausforderungen von künstlicher Intelligenz Key für Unternehmen und Organisationen Anforderungen an die Geschäftsleitung Entwicklung einer KI-Strategie Die Geschäftsleitung muss eine klare Vision und Strategie für den Einsatz von Key im Unternehmen entwickeln, um die Geschäftsziele zu unterstützen und Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Investitionen in KI-Ressourcen Die Geschäftsleitung sollte bereit sein, finanzielle Ressourcen für den Erwerb von KI-Technologien, die Schulung von Mitarbeitern und die Integration von Key in bestehende Systeme bereitzustellen. Veränderungsmanagement Die Geschäftsleitung muss den Veränderungsprozess aktiv begleiten, die Mitarbeiter unterstützen, Schulungen anbieten und die Unternehmenskultur anpassen, um die erfolgreiche Integration von Key zu gewährleisten. Anforderungen an die Arbeitnehmer Umschulung und Weiterbildung Mitarbeiter müssen die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und neue Fähigkeiten im Umgang mit Key zu erwerben, um den Anforderungen der sich verändernden Arbeitsumgebung gerecht zu werden. Kollaboration mit KI-Systemen Arbeitnehmer müssen lernen, wie sie effektiv mit KI-Systemen zusammenarbeiten können, indem sie ihre Fähigkeiten ergänzen und von den Stärken der Key profitieren. Ethische und soziale Implikationen Mitarbeiter sollten ein Bewusstsein für die ethischen und sozialen Auswirkungen von Key entwickeln und verantwortungsvoll mit den neuen Technologien umgehen. Anforderungen an die Datensicherheit und Datenschutz Schutz sensibler Daten Unternehmen müssen robuste Sicherheitsmaßnahmen implementieren, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten, die von KI-Systemen verwendet werden. Transparenz und Erklärbarkeit von KI-Algorithmen Es ist wichtig, dass Unternehmen transparente KI-Modelle verwenden, die erklärt werden können, um mögliche Vorurteile, Diskriminierung oder andere unerwünschte Auswirkungen zu vermeiden. Einhaltung von Datenschutzbestimmungen Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie alle relevanten Datenschutzgesetze und Vorschriften einhalten, insbesondere wenn personenbezogene Daten für KI-Anwendungen genutzt werden. Das erfolgreiche Management der Herausforderungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz erfordert eine umfassende Strategie, die von der Geschäftsleitung geführt wird, eine kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter, die Bereitstellung angemessener Datensicherheitsmaßnahmen und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. Durch eine ganzheitliche Herangehensweise können Unternehmen die Chancen nutzen, die KI bietet und gleichzeitig potenzielle Risiken und Herausforderungen bewältigen.